Guten Abend Leute, willkommen zu einem kleinen Infovideo. Mir ist aufgefallen, dass der Posteingang bei YouTube nicht mehr da ist, oder zumindest nicht da ist, wo er gerade eben noch war. Und ja, ihr müsst einfach nur oben auf euren Kanal klicken, ne, dann auf Videomanager und dann dort auf Community klicken und da ist der Schlingel, hat er sich versteckt, der Posteingang. Das war's schon. Ciao.